You can't take it back, no I've got so much left to say, no Und hallo Und jetzt zurückkommen Tschüss Brut, hallo Richtig geilen Korn So 15. Platz, 14. Platz 3 Stop, oder? 3 Stop Wie war das Justin? Ich starte hinten Ich bin direkt hinter dir Das ist halt so ein bisschen wie Aserbaidschan Ich hab ne 5 Ich bin P7 Und du bist auch 11 da gewesen, oder nicht? Ja, Leute haben Strafe bekommen Oh, Gott Oh, Philipp, freie Arme, wann willst du denn rennen? Man kann schon pushen Freie Reifenwahl, oh ja, geil Ich geh 11 oder so, dann 12 Simi, wann gehst rein? Werd geskatet Brauchst du ja nicht großartig was ändern Ups Für 10, du? Justin, wann willst du? Ah, ist ja Was? Wann willst du in die Box? Ich hab gar nicht drauf geguckt Mh Bin auch bereit Ey, Leon darf die Einführungsrolle bestimmen Das Tempo Oh, Leon Ja, aber das macht meine Rede Weil ich gleich nochmal aus Klo muss 1, 2, 3, 1 von der 5 Geil Okay Yes, Sir Hat wer eigentlich überhaupt die Zuschauer gegrüßt? Ich hab mir bestimmt Ich 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 Ja, moin Ich hab's mitgefangen Thema erledigt Mit 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 zu bekommen und dann noch Zweiter zu werden was macht der? ich wollte dich aus Spaß überholen und was macht der? Hallo Simi wie viele stehen da vorne? ich hab die große Karte nice gemacht sehr schön ich bin stolz auf Magnussen was hab ich verpasst, wer steht denn da? die beiden Forspindias die Videos gucken schon, wenn die neue Saisonschuttle die letzten begonnen haben ja, ne, die neue Saisonschuttle in zwei Wochen ja, wir reden jetzt aber gerade vom Video ach so, das ja also diese kann man doch gar nicht mitreden Australien? Bahrain müsste es sein, oder China ne, Bahrain Bahrain ist unser erstes Rennen zwischen Bahrain und China, oder? also, wenn Bahrain im Bahrain sind oder waren dann mal das erste Saisonschuttle ja, hallo Leon ja, grüße dich Swaggy hi Simi hi moin na, ihr beide ganz kurz mal will ganz kurz mal will irgendwann von euch ein Audiozeichen geben wann bei euch die Lichter aus sind dann bleib stehen nein sonst ist echt zu unfair oder ich fahr einfach langsam los ist auch ok ich sag einfach jetzt sag ich einfach du kannst halt in den Rückspiegel gucken aber dann hast du ja immer noch nen Nachteil fahr einfach dann, wenn die Ampel gut ist fahr einfach dann, wenn die Ampel aus ist weil die einzählst sowieso nicht, glaube ich ja ist ja nicht so schlimm, wenn du nur das hast es wäre schlimm, wenn die ganze KI, ähm Bahrain hat ja die ganze KI gehabt ganz egal sag ich jetzt nicht jetzt, äh viel Glück Jungs viel Glück keine Unfälle jetzt bin extra mal ein bisschen stehengeblieben ich bin aufgefahren alles klar Hilfe, nein, 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 nein ich will das nicht Stroll, nein du Scheiße nein, 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 nein Palma, du Hurenbock, Alza Alter, ich muss die abbremsen muss ich die Cardi die Position wiedergeben Oh, bitte ist es hilft dir, nein schön Flügelmarsch Flügelmarsch ich wurde fast gedreht Palma Oh, ich darf sofort an die Box Ich bin 18 Justin und Swiggy hat's erwischt Box und Star Bei Justin war's glaub ich der Massa Massa auf der 4 Vor allem schon nach dem Safety Car nach dem Safety Car wie viel hat das mit der Hampel bei dir denn wählen? früher ja, war ein bisschen früher aber ich bin da auch langsamer gefahren ah Ändung bestätigt Kann die Marschella fahren das hat das älter 7 Zehltel drüber ja sag das dem Verstappen hier Na kacke, jetzt kann der Leer abfauen, alter ja Jo, Verstappen Boah, Alter, was ist das für ne KI, der ist so langsam gefahren Änderung bestätigt Achst du irgendwas bekommst, der Buller? Ja, natürlich, jetzt krieg' ne Schraff reingedrückt Oh, und Frontflügel Leck 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 Der Buller ist halt auch geblüht und da hinten geleckt bei mir Alter, 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 hier manks Sollte ich jetzt auf Mediums oder auf Soft gehen? Boah Alter Was macht der da? Was macht der da? Was macht der da? Ja, ich am Klatten Oh Gott Was ist das für eine KI Russian Carnage Nacktus'n Überhol, Mann Russian Road Rage Äh, warte, ich muss hier abhauen Hilfe, oh Nein! Boah, ist das Auto schwer Nein! Voll Sollen wir den ersten Ausfall? Das hatten wir aber noch nie Hatten wir noch nicht Keinen Ausfall Der allererste in dieser Ähm Wie soll ich sagen In dieser Serie Das ist natürlich bitter So Bottas Moin Bester shot ever Noch schlimmer als Nee, Shinina ging eigentlich noch Aber trotzdem Wow Immer darf ich jetzt durchfahren Dann haben wir den ersten Kontator Für dieses Rennen Meine Fresse, Alter Mehr Pech haben Kann Mehr Pech kann man ja nicht haben Sieh mal so Du könntest auch einen Einsatz haben Ja, schon Ich mein, da wollte ich jetzt nicht mehr wechseln Die Mediums sind mega kacken Oder war das Mulch? So, dann für meine Zuschauer Wende ich mal die Aufnahme Also, vielen Dank fürs Zuschauen War jetzt ein bisschen bitter Aber bei den anderen Leuten geht es natürlich weiter Schaut dann da weiter vorbei Tschüss! Aeinda Au exchange Euer about that Abask 2500 Aus Ablass Vielen Dank. 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 Vielen Dank.